Vor knapp zwei Jahren habe ich ein Ernährungskonzept ins Leben gerufen, mit dem ich mittlerweile über 15 Kilo abgenommen und vor allen Dingen das erste Mal auch gehalten habe. Ich war nämlich davor immer in diesem Jojo-Zyklus aus Abnehmen, Fressattacken, Abnehmen, Fressattacken und so weiter und das über zehn Jahre. Und nicht nur ich, sondern auch beispielsweise bei Brumina, meiner Partnerin, ist genau das gleiche passiert. Sie hat auch damit über zehn Kilo abgenommen und ist seitdem gehalten und ist auch nicht mehr in diesen ganzen Fressattacken drin. Und mittlerweile haben über 500.000 Menschen das auch gemacht und auch damit abgenommen und machen es immer noch, weil eben genau dieses Konzept nicht nur dafür sorgen kann, dass man Fett verliert und Muskeln aufbaut, sondern dass man auch versteht, wie man das Ganze langfristig halten kann. Und genau dieses Konzept namens WPF, Wolfs Proteinfasten, werde ich in diesem Video erklären und euch auch zeigen, wie man das direkt anwenden kann. Und das Ding ist, ich kriege täglich von euch Transformationen von den verschiedensten Ausgangspunkten hin zu einem sportlich definierten, gesunden Körper. Sowohl von Skinny-Fett zu definiert, als auch von übergewichtig zu normalgewichtig, sportlich, als auch tatsächlich sogar von untergewichtig zu sportlich und gesünder. Und ihr werdet euch jetzt an der Stelle wahrscheinlich fragen, okay, wie kann es sein, dass so viele Leute mit so unterschiedlichen Startpunkten mit dem gleichen Konzept irgendwie bei dem coolen Ergebnis rauskommen. Aber ich verspreche euch, ihr werdet das in diesem Video verstehen. Und um das Konzept zu erstellen, habe ich nicht nur im Endeffekt einfach die Konklusio aus der kompletten Datenlage zum Thema Ernährungswissenschaft und Fettverlust in ein Konzept gepackt, sondern auch basierend das Ganze gemacht auf den Aussagen von internationalen Experten, Ärzten und Ernährungswissenschaftlern. Und ich werde euch jetzt genau erklären, okay, was ist eigentlich die Logik und die Wissenschaft hinter dem Konzept, dann wie sieht das in der Realität aus und wie könnt ihr es in euren Alltag implementieren, damit ihr sofort loslegen könnt und auch diese Ergebnisse kriegen könnt. Also, let's go! Ich hoffe, was mittlerweile allen klar ist, ist, dass Abnehmen immer über ein Kaloriendefizit und High Protein funktioniert. Ich habe diesen Satz so ein bisschen etabliert, zu sagen, okay, wieso ist das eigentlich so? Naja, Kaloriendefizit sorgt dafür, dass ihr abnehmt und High Protein beeinflusst, was ihr abnehmt. Denn wenn ihr im Defizit seid, kann euer Körper immer entscheiden, okay, will ich diese fehlende Energie im Endeffekt aus den Fettdepots ziehen oder will ich sie aus der Muskulatur ziehen? Und es ist halt ziemlich doof, wenn er sie aus der Muskulatur zieht, aber das will er eigentlich eher machen, weil unser Körper ja unsere Fettdepots schützen will, um uns vor dem Verhungern zu schützen. Deswegen müssen wir das verhindern, indem wir eben genügend Protein und im besten Fall auch noch Krafttraining geben. Aber deswegen zählt immer Kaloriendefizit und High Protein. Um ein Kaloriendefizit zu erreichen, gibt es theoretisch hunderte Wege. Ihr kennt diesen schönen Satz, viele Wege führen nach Rom. Ihr könnt diese Wege in eurem Kopf so ein bisschen einklastern. Und zwar, es gibt einmal die Restriktion der Kalorien. Das wäre einfach ganz normales Kalorienzellen. Damit kann man ein Kaloriendefizit zu erreichen. Es gibt einmal die Restriktion der Lebensmittelauswahl. Wenn Leute zum Beispiel sagen, okay, ich mache Low Carb oder Low Fat oder keine Ahnung, ich verzichte auf Kohlenhydrate nach 18 Uhr, dann machen sie im Endeffekt nichts anderes, als sie schränken quasi eine Lebensmittelgruppe ein, sparen dadurch auch wieder Kalorien und können einen Kaloriendefizit erreichen. Und dann gibt es eben noch den Weg der zeitlichen Restriktion, das, was ihr typischerweise als Intermittent Fasting kennt. Das ist im Endeffekt so, dass Leute sagen, hey, statt halt irgendwie von 7 bis 20 Uhr zu essen, esse ich halt beispielsweise nur noch von 12 bis 18 Uhr. Und durch diese zeitliche Einschränkung essen die meisten Leute eben auch weniger Kalorien und erreichen auch wieder ein Kaloriendefizit. Am Ende führt eben alles zurück zum Kaloriendefizit und wie ihr das eben erreicht. Ich muss sagen, ich habe schon oft in meinem Leben Intermittent Fasting gemacht. Und es hat auch für mich immer ganz gut funktioniert an sich. Ich habe auch damit immer abgenommen, aber ich bin immer langfristig gescheitert. Und einer der Gründe für mich war, dass ich immer Fressattacken bekommen habe durch diese lange Hungerphase. Also bei mir war es einfach immer so, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche Intermittent Fasting zu machen, weil ich keine Lust mehr habe auf Kalorien zählen, weil mich das einfach irgendwann mental belastet hat. Dann habe ich gesagt, okay, ich esse dann beispielsweise nur noch von 14 bis 20 Uhr oder so. Aber als dann so 12, 13 Uhr mittags war, hatte ich meistens einfach so unglaublich viel Hunger schon, dass wenn es dann zum Essen gekommen ist, ich immer so ein bisschen ausgerastet bin. Und wenn ich das Ganze noch länger gemacht habe und vielleicht teilweise noch länger gefastet habe, ist das sogar immer mehr geworden. Das heißt, an sich hat Intermittent Fasting für mich funktioniert, aber ich hatte eben dieses Problem von diesem übermäßigen Hunger. Und irgendwann bin ich auf Peter Attea gestoßen. Dr. Peter Attea ist so einer der bekanntesten Gesundheitsärzte der Welt. Und er hat über Intermittent Fasting geredet, hat gesagt, okay, Moment mal, an sich findet er Intermittent Fasting gut, weil es eben ein einfacher Weg ist, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Aber er sieht das Problem, dass viele Leute auch einfach zu wenig Protein kriegen, weil sie dann eben in den Mahlzeiten, die sie essen, es nicht schaffen, auf ihre zwei Gramm pro Kilogramm zu kommen, die er zum Beispiel empfiehlt. Und er hat gesagt, hey, wenn er Patienten hat, die das machen wollen, dann sagt er ihnen, das ist an sich eine Sache, die kann funktionieren. Aber macht das doch einfach so, dass ihr Intermittent Fasting plus Proteinshakes macht, um eben dieses Proteindefizit auszugleichen. Ich will, um, slug a Protein Shake in the morning that is very low in calories, because it's just protein, so it's going to be 120 to 150 calories. Um, but I don't eat a meal until two o'clock in the afternoon, and then I have dinner at six or seven. Um, but again, I'm doing that for caloric restriction purposes. I'm doing that to manage total caloric intake, not because I think that there's some magical benefit that I'm getting by, you know, not having meals spread throughout the day. Und das fand ich damals sehr interessant, weil das war genau der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit WPF, genau darum zu experimentieren. Weil ich habe das eigentlich aus dem Grund gesagt, hey, ich will einfach meinen Heißhunger reduzieren. Und habe aus dem Grund angefangen, Intermittent Fasting plus Proteinshakes zu machen. Und fand das dann ganz interessant, dass das eben für ihn auch noch diesen doppelten Vorteil hat, dass man eben genügend Protein reinkriegt. Und daraus ist im Endeffekt WPF entstanden. Das heißt, WPF, Wolfs Proteinfasten, ist quasi Intermittent Fasting plus Proteinshakes. Und das Grundkonzept ist im Endeffekt sehr simpel. Ihr habt am Tag zwei Mahlzeiten und zwei Shakes. Wie ihr das Ganze anordnet, ist vollkommen euch überlassen. Ich werde euch aber auch noch die gängigsten Formen gleich im Video präsentieren. Und welche für wen die beste Option sind und wie man die auch flexibel tauschen kann. Und bei manchen wird jetzt vielleicht im Kopf aufkommen, aber Moment mal, Intermittent Fasting, das hat doch irgendwie den Sinn, dass irgendwie Insulin niedrig bleibt, weil man ja so lange fastet. Und man deswegen auch Autophagie hat und sowas, ist alles Quatsch. Das wäre jetzt zu viel in diesem Video zu erklären, aber lange zu fasten hat keinen Vorteil in sich selbst, außer dass man im Endeffekt die Kalorien spart. Die Idee, dass das Fasten selbst in diesen, ich sag jetzt mal 16 Stunden Fasten, zu Autophagie führen würde, kommt im Endeffekt aus Mäuse- und Rattenstudien, die dann extrapoliert wurden auf Menschen. Aber der Zeitraum wäre beim Menschen eigentlich ganz anders. Also wenn eine Ratte für 12 oder 16 Stunden fastet, dann wäre das dasselbe, wie wenn ein Mensch für mehrere Wochen fastet. Und das macht ihr ja dabei gar nicht. Außerdem ist es so, dass diese Autophagie, also Autophagie ist im Endeffekt, um es ganz simpel runterzubrechen, quasi das Aufräumen von alten Zellen vom Körper. Das macht ihr nicht einfach nur, wenn ihr eine ganz lange Zeit über Wochen fastet, sondern auch, wenn ihr in einem Kaloriendefizit seid. Das heißt, Intermittent Fasting dreht sich im Endeffekt wirklich einfach nur um das Kaloriendefizit. Das heißt auch dadurch schlussfolgerlich, dass es nicht schlimm ist oder sogar eher viel, viel besser ist, wenn ihr eben Intermittent Fasting plus Protein-Checks macht. Weil ihr habt die gleichen Vorteile, nämlich dass ihr das Kaloriendefizit habt, aber eben ohne die Nachteile. Das heißt, weniger Heißhunger und mehr Protein und dadurch besseren Fettverlust und mehr Muskelaufbau. So, und natürlich ist es so, dass die beiden Mahlzeiten jetzt nicht ein Free-for-All sind, weil, wie gesagt, das ist keine Magie. Im Endeffekt spart ihr einfach nur Kalorien. Das heißt, wenn ihr bei den Mahlzeiten jetzt anfangt, euch 4000 Kalorien reinzuzimmern, werdet ihr natürlich trotzdem zunehmen, trotz Intermittent Fasting oder trotz Protein-Fasten. Das heißt, auch für die Mahlzeit habe ich eine grobe Regel. Das heißt, die erste Mahlzeit, sage ich meistens, unter 450 Kalorien. Die zweite Mahlzeit für Frauen unter 750 Kalorien. So kommt ihr dann bei Frauen zusammen mit den Protein-Checks auf ca. 1600, 1700 Kalorien und nehmt damit wunderbar ab. Bei Männern kann man das mit einem höheren Kalorienverbrauch einfach ein bisschen mehr machen. Das heißt, man macht die große Mahlzeit zum Beispiel ein bisschen größer und sagt, okay, irgendwie unter 1000 Kalorien. Dann kommt man irgendwie insgesamt am Tag unter 2000 Kalorien und nimmt damit ab. Das ist einfach nur mal eine grobe Guideline. Ich werde euch aber jetzt gleich auch nochmal erklären, wie ich das in einem Baukastensystem aufbaue. Und wenn ihr an der Stelle im Video seid und ihr habt zumindest einen Aha-Moment gehabt, zumindest einen, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Intermittent Fasting, Protein-Fasten, Autophagie, dann tut euch und mir den Gefallen und abonniert den Kanal. Denn ich überlege wirklich jeden Tag, 10 Stunden lang, wie kann ich euch das Thema Fettverlust und Abnehmen so einfach und so effektiv wie möglich erklären. Und wie kann ich die ganzen Sachen, die ich für die letzten 10 Jahre in Ernährungswissenschaft und Psychologie auch von den besten Forschern der Welt gelernt habe, simpel herunterbrechen und anwendbar machen. Und ich gebe mir dafür wirklich unglaublich viel Mühe. Das heißt, wenn ihr euch selbst den Gefallen tun wollt und ihr sagt, okay, ich will Fettverlust erreichen, ich will mich in meinem Körper endlich wohl und gesund fühlen, dann kann ich euch versprechen, dass ihr das mit meinen Tipps hinkriegen werdet, weil wir es schon mit hunderttausenden Menschen gemacht haben und ich gebe wirklich jeden Tag alles. Deswegen verpasst einfach ihr nicht den Content hier auf YouTube und auf Instagram. Abonniert einfach auf beiden Seiten, schaut es euch an und ich verspreche euch, ihr werdet euer Ergebnis erreichen. So, die Frage ist jetzt, wie können wir diese Theorie in die Praxis umsetzen? Und was ganz, ganz wichtig ist, was für mich einer der größten Game Changer war, war, dass WPF ein Konzept ist, was eine klare Struktur hat, aber extrem flexibel ist und dadurch auch langfristig anwendbar. Was meine ich damit? Naja, ihr habt im Endeffekt diese zwei Shacks und die zwei Mahlzeiten. Das ist ja eine ganz klare Struktur, aber ihr habt ganz zig verschiedene Formen, wie ihr das jeden Tag anwenden könnt, um komplett flexibel zu sein, sodass sich eure Ernährung an euer Leben anpasst und nicht euer Leben an eure Ernährung. Beispiel, ich mache an den meisten Tagen die Standardform. Das heißt, ich trinke um 7 Uhr irgendwie meinen ersten Shake, um 10 Uhr circa den zweiten Shake und dann esse ich irgendwie so um 13, 14 Uhr die erste Mahlzeit und die zweite Mahlzeit dann meistens abends irgendwie mit Freunden im Restaurant kochen, sonst was. So, es gibt aber auch die Mischform. Das machen auch ganz viele Leute, nämlich sogar circa 50 Prozent der Leute. Das heißt, ihr startet morgens mit einem Shake rein, beispielsweise um 7 Uhr, habt dann aber um 10, 11 Uhr so die erste kleine Mahlzeit, weil ihr zum Beispiel sagt, hey, mir geht es einfach besser, wenn ich da eine kleine Mahlzeit esse, trinkt dann nachmittags nochmal einen Shake und habt dann abends euer Abendessen. Es gibt aber auch die Frühstücksform. Wenn ihr zum Beispiel am Wochenende mal mit der Familie frühstücken wollt, dann könnt ihr auch sagen, okay, ich habe halt morgens meine kleine Mahlzeit, esse da halt mit meiner Familie zum Frühstück, mache dann vormittags und mittags meine zwei Shakes und habe halt wieder abends das Abendessen. Ihr merkt, ihr habt immer die gleiche feste Struktur, könnt die aber komplett flexibel beispielsweise in diese drei Formen aufteilen oder auch in jegliche andere Formen, wie ihr Lust habt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das ganze Thema langfristig ist. Denn früher hatte ich immer das Problem, dass ich Diäten gemacht habe und quasi während der Diät etwas gemacht habe, wo ich mich quasi nur darauf gefreut habe, an dem Ziel endlich anzukommen und dann habe ich wieder alles anders gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel früher Intermittent Fasting gemacht und sobald ich dann angekommen war auf meinem Ziel, habe ich dann aufgehört mit Intermittent Fasting und habe logischerweise dann relativ schnell wieder zugenommen. Denn wenn die Diskrepanz zwischen dem, was du zum Fettverlust machst und dem, was du danach machst, zu groß ist, ist ja logisch, dass du wieder an den Anfangspunkt kommen wirst. Und das ist das Coole am WPF. WPF ist nicht etwas, was man einfach mal für eine kurze Zeit macht, sondern WPF ist etwas, womit man sein Leben umstellt. Und wenn ihr an eurem Ziel angekommen seid, macht ihr einfach WPF weiter und gönnt euch aber mehr. Das heißt, ganz konkret, wie sieht das bei mir aus? Wenn ich WPF mache zum Abnehmen, dann mache ich genau alles gleich. Ich trinke morgens meine Shakes, ich mache dann meine kleine Mahlzeit und abends meine große Mahlzeit und dann abends gönne ich mir vielleicht mal ein kleines Eis. Wenn ich angekommen bin an meinem Ziel und ich weiß, okay, ich habe jetzt einfach ein paar hundert Kalorien, die ich wieder mehr investieren kann, weil ich nicht abnehmen will, dann gönne ich mir einfach abends mehr und esse zum Beispiel gerne mal zwei, drei Eis oder esse im Restaurant auch mal irgendwie mehr Pommes dazu. So, und wenn ich dann zum Beispiel mal eine Phase habe, wo ich vielleicht ein bisschen zugenommen habe, muss ich einfach nur diese Dinge wieder ein bisschen reduzieren, bin dadurch wieder automatisch im Defizit. Aber ihr merkt an sich, mein Grundkonzept bleibt immer gleich. Ich fange jetzt nicht an, plötzlich groß zu frühstücken die ganze Zeit oder irgendwie zwei riesige Mahlzeiten zu essen oder drei riesige Mahlzeiten zu essen, weil dann wäre halt die Diskrepanz wieder größer und ich würde wahrscheinlich schneller wieder zunehmen. Und das war für mich auch einer der größten Game Changer am WPF, dass ich das einfach langfristig mache und das kriege ich auch von euch immer in den Nachrichten bestätigt. Das heißt, ihr habt einfach nur, wenn ihr abnehmen wollt, WPF und ein bisschen gönnen und wenn ihr nicht mehr abnehmen wollt, WPF und mehr gönnen. Fertig. Okay, wie sieht das Ganze jetzt konkret aus? Also, ich stehe um 7 Uhr auf und ich nutze immer den Protein-Iced-Coffee. Ich finde, die Dark Cookie Crumble-Sorte ist die geilste, weil man da auch so ein paar Stückchen hat und für mich ist das immer so, ich trinke 700ml Mandelmilch mit zwei Portionen, weil ich einfach auch relativ viel Eiweiß haben will und das trinke ich sowohl um 7 Uhr als auch meistens so um 10, 11 Uhr. Und ich trinke den Shake und kaue damit immer so ein bisschen auch auf den Stückchen rum, weil ich dadurch einfach eine extra Sättigung habe. Wenn ihr aber zum Beispiel eine Person seid, die sagt, hey, ich bin nicht so der Kaffee-Fan, ich mag lieber irgendwie so eine Limonade, dann könnt ihr natürlich auch beispielsweise More Clear trinken. Das Wichtige ist einfach nur, dass es im Endeffekt die Protein-Shakes sind, weil Protein-Shakes einfach viel Protein und wenig Kalorien haben und man dadurch einfach dieses Kalorien-Defizit aufrecht erhält und man eben aber auch sein ganzes Protein für den Fettverlust hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Protein-Iced-Coffees sättigen mich deutlich mehr als More Clear, vor allen Dingen auch durch diese Stückchen, auf die ich rumkaue. Deswegen liebe ich einfach Dark Cookie Crumble dafür. Das trinke ich dann 7 und 10 Uhr und dann gibt es die erste kleine Mahlzeit. Ich denke bei der ersten Mahlzeit immer wie so ein Baukastensystem und ich sage, okay, ich habe so circa 400, 450 Kalorien dafür übrig. Das heißt, das erste, was ich wähle, ist meine Proteinquelle. Wenn ich etwas Herzhaftes will, dann wähle ich zum Beispiel eine magere Quelle wie ein bisschen Hähnchen und baue dann Gemüse drumherum, wie beispielsweise bei einem Salat und packe dann die Lightsoßen drauf. Denn Lightsoßen haben einfach deutlich, deutlich weniger Kalorien. So ein Cesar-Salad kann man mal locker 600 Kalorien durch die Soße alleine reinkriegen. Wenn man die weglässt und dafür eine Lightsoße nimmt, hat die nur 60 Kalorien. Und dann hat man eben Protein, wie beispielsweise das Hähnchen, Gemüse, wie beispielsweise in dem Salat und dann eben noch die Lightsoße. Wenn ich was Süßes will, meistens esse ich bei der ersten Mahlzeit eher was Süßes, nehme ich zum Beispiel einen Proteingrießpudding oder einen Proteinpudding oder eben einen Proteinporridge, packe dann einfach was Obst dazu. Dadurch habe ich wieder magere Proteinquelle, Obst für eben die ganzen Ballaststoffe, Antioxidantien, Pflanzenstoffe und so weiter und packe vielleicht noch irgendwie ein Ei dazu als Fettquelle. So sehe ich meine erste Mahlzeit. Dann habe ich nämlich das Protein, wenig Kalorien, auch noch Ballaststoffe für die Sättigung und habe alles wunderbar abgedeckt. So sieht das bei mir aus. Wenn ihr es genau wissen wollt, könnt ihr auch einfach auf Instagram folgen. Da mache ich auch oftmals Full Day of Eatings, zeigt das in meiner Story. Könnt ihr einfach nachverfolgen und nachmachen. Da habe ich auch einige Rezepte. So und dann habe ich eben abends die größere Mahlzeit. Groß heißt hier eben nur bezogen auf die Kalorien. Bei den meisten Frauen eben um die 700, 750 Kalorien. Bei den Männern beispielsweise 1000 Kalorien. Und da könnt ihr dann entweder entscheiden, ob ihr dann beispielsweise das im Restaurant macht oder ob ihr Rezepte macht. Ich muss sagen, ich bin ja nicht der riesige Rezepte-Blogger, wenn ihr sowas sucht. Schaut einfach beispielsweise bei Biene dabei, Biene's Fit Life auf Instagram. Schaut bei Antonia, Antonia Elena Official. Schaut bei Christina, Christina's Healthy Life. Ihr findet da ganz, ganz, ganz viele Rezepte. Auch familientaugliche, auch Mealprep-Rezepte. Schaut einfach, dass ihr so circa 750 Kalorien und so circa 1000 Kalorien als Mann maximal habt. Und schon habt ihr das Ganze easy eingehalten. Und denkt wirklich bei jeder Mahlzeit dran, erst zu überlegen, okay, was ist meine Proteinquelle? Wie kriege ich mindestens 30, besser 50 Gramm Protein rein? Dann, okay, was ist meine Sättigungsquelle? Das heißt beispielsweise Obst, Gemüse und dann erst der Rest. Und die anderen beiden Sachen, die ich dann einfach nur mache, ist zu sagen, okay, ich schaue, dass ich genügend Bewegung reinkriege. Das heißt, mindestens 10.000 Schritte. Ich schaue, dass ich mein Krafttraining habe. Das sind meine Routinen, die ich immer abdecke. Und ich schaue, dass ich auch noch zusätzlich genügend tränke. Denn ich habe euch schon oft erklärt, Wasser erhöht den Stoffwechsel. Durch Thermogenese, ihr müsst das Wasser auf eure Körpertemperatur erhöhen. Dafür braucht euer Körper einfach Kalorien. Plus, es sorgt dafür, dass ihr einfach weniger Appetit habt. Vor allen Dingen, wenn ihr einfach vor Mahlzeit nehmt, ihr mal zwei Gläser trinkt, merkt ihr einfach, dass ihr auch weniger Nahrung zu euch nehmt. Das ist eine supergeile Sache, ein easy Trick, um den Stoffwechsel ein bisschen anzukurbeln. Und dann diese zwei Routinen einfach noch zu implementieren. Fertig. Und das Wichtigste ist, macht euch im Kopf keine Verbote. Das ist das Coole an WPF auch. Ich schaue zum Beispiel, dass ich zwar keine Süßigkeiten zu Hause habe, aber ich setze mir keine Verbote. Das heißt, wenn es halt mal einen Tag gibt, wo ich mir ein bisschen was gönnen will, dann hole ich mir mal ein Eis und ich hole mir auch sonst was, weil ich eben auch an so vielen Stellen sinnlose Kalorien spare, wie beispielsweise durch Chunky, wie durch Leitsausten und so weiter, dass ich da einfach mehr Spielraum habe. Punkt. Wie könnt ihr das jetzt sofort ab morgen in die Praxis umsetzen? Wichtig ist zu verstehen, wenn ihr jetzt gerade denkt, aber oh mein Gott, ich brauche doch unbedingt mein Frühstück, ich merke, dass ich morgens immer Hunger habe. Ja, das hat einen Grund, weil du deinen Körper daran gewöhnt hast. Es gibt den tollen Satz, ja, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Der wurde von Kellogg's erfunden. Ihr könnt euch denken, wieso das so ist? Naja, Kellogg's verkauft halt Müsli, Frühstücksmüsli. Euer Körper funktioniert so, dass er sich daran gewöhnt, wann ihr esst. Das heißt, wenn ihr typischerweise immer morgens um 7 Uhr beispielsweise frühstückt, dann gewöhnt euer Körper sich dran und fängt beispielsweise um 6.30 Uhr schon an, Hungerhormone auszuschütten, damit ihr dieses Frühstück esst. Das heißt, wenn ihr das jetzt eine Zeit lang lasst, gibt es vielleicht bei manchen Leuten eine Eingewöhnungsphase. Das dauert dann mal 1, 2, 3 Wochen und dann werdet ihr aber plötzlich merken, dass es so einen Shift gibt, dass ihr das gar nicht mehr habt und dass ihr euch voll auf den Protein-Shake freut, weil ihr euren Körper dran gewöhnt habt. Außerdem hat das für mich den Vorteil, dass ich einfach viel, viel, viel leistungsfähiger bin, wenn ich nicht was im Magen liegen habe, was verdaut werden muss. Denn auch eure Verdauung ist ja etwas, was einfach Kapazität verbraucht. Und ich habe einfach viel mehr Energie, wenn ich morgens mit meinen 700ml Mandelmilch, zwei Portionen Dacurkigrammel, damit in den Tag starte, auch noch ein bisschen Koffein drin habe. Das hilft auch nochmal, euch einfach Energie zu liefern. Super geil. So, und ich merke einfach immer, okay, wenn ich dann groß anfange zu essen, ist es sogar eher so, dass mein Körper runterkommt. Deswegen habe ich einfach mehr Energie mit den Protein-Shakes. Also seid euch einfach bewusst, es kann eine Anpassungsphase geben. Dauert so circa 1-3 Wochen. Den zweiten Vorteil, den ihr dadurch habt, ihr werdet auch wahrscheinlich euer Sättigungsgefühl verbessern, weil ihr einfach durch die Phase, wo ihr nicht Nahrung in eurem Magen habt, wo ihr nicht euren Magen ausdehnt, sondern einfach mal ein bisschen auch schrumpfen lässt, auch euer Magenvolumen wieder normalisieren könnt. Und ich habe persönlich auch noch gemerkt, meine Verdauung hat sich seitdem auch nochmal deutlich verbessert, weil einfach eben durch die Ruhephase, wo meine Verdauung dann einfach nur die Shakes hat, die ja sehr einfach zu verdauen sind, auch sich das verbessert hat. Das habe ich auch schon x-mal per DM bekommen. Ich bin gespannt, wenn ihr das ausprobiert, was ihr dazu sagt. Es gibt dann so einen Elefanten im Raum, deswegen spreche ich den auch einfach ganz easy an, weil ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass ich das betone. Kann ich das nicht auch schaffen ohne Produkte? Kann ich das nicht auch schaffen ohne Protein-Shakes? Ja, natürlich. Am Ende ist Abnehmen einfach nur kontrolliertes Verhungern. Klingt erstmal sehr makabe, aber das ist Abnehmen ist Kaloriendefizit und High-Protein und Kaloriendefizit ist im Endeffekt kontrolliertes Verhungern. Das könnt ihr ohne jegliches Produkt machen, denn dafür braucht ihr keins. Ihr könnt das einfach so erreichen. Es hat aber dann einfach einen gewissen Verzicht, den es braucht. Und es gibt Leute, denen fällt Verzichten halt sehr, sehr einfach und es gibt Leute, denen fällt Verzichten sehr, sehr schwer. Ich persönlich habe eine absolute Übergewichtsgenetik. Ich habe das auch schon per DNA-Test rausbekommen, dass ich ein sehr, sehr hohes Risiko habe, übergewichtig zu sein. Und das manifestiert sich in meinem Leben dadurch, dass ich einfach Essen und Genuss liebe. Ich liebe gutes Essen. Das Problem ist einfach nur, wenn man so gutes Essen liebt und weiß, okay, man muss Kalorien sparen, dann ist das normalerweise sehr, sehr schwierig. Und deswegen hatte ich auch früher immer das Problem, dass ich so emotionale Ess-Fressattacken hatte, weil ich einfach sehr, sehr viel verzichtet habe. Und da helfen mir halt diese Produkte einfach extrem, dass diese gesunden Gewohnheiten, die eigentlich sehr langweilig schmecken und mit sehr viel Verzicht einhergehen, eben nicht mehr so langweilig schmecken. Und ich beispielsweise dann halt nicht meinen Salat irgendwie pur esse mit ein bisschen Balsamico-Essig-Öldressing, was immer noch einige Kalorien hat, sondern halt eben mit einer Soße, die geil schmeckt, aber wenig Kalorien hat. Oder eben auch das Porridge, nicht irgendwie einfach nur nach Haferschleim schmeckt, sondern halt nach Milch, Reis, Zimt, weil ich Chunky reingepackt habe, aber eben ohne die ganzen Kalorien. Das müsst ihr halt im Endeffekt für euch entscheiden, wie ihr seid. Ob ihr sagt, okay, mir Fett verzichten einfach oder ob ihr sagt, nee, mir Fett verzichten eigentlich schwer, ich bin halt eben emotionaler Esser, ich liebe Essen, ich möchte, dass mir die Sachen gut schmecken, dann könnt ihr solche Helfer eben nutzen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie einfach es ist, sich am Tag Kalorien zu sparen. Denn wenn ihr einfach nur dieses Thema eine Mahlzeit oder Frühstück auslassen und dafür Proteinshacks trinkt, spart ihr schon circa 200 bis 500 Kalorien. Und dann könnt ihr im Alltag auch einfach nochmal mit ein paar Produkten easy Zuckerquellen austauschen, da Kalorien sparen, egal ob das jetzt Lightsoßen sind, egal ob das lieber ist, dass man sich halt seinen Joghurt mit Chunky-Flavor statt den Zuckerjoghurt aus dem Supermarkt macht. Und ihr kommt so am Tag ganz, ganz schnell auf 500 bis 1000 Kalorien, die ihr euch spart. Und das klingt jetzt erstmal total viel und unrealistisch, aber wenn ihr bedenkt, dass die Deutschen im Durchschnitt 3500 Kalorien essen, aber nicht mal das Gefühl haben, viel zu essen, weil einfach alles vollgepackt ist mit sinnlosem Zucker und Fett, dann wird euch auffallen, dass das gar nicht mal so schwer ist. Und wenn ihr dazu eure Bewegung einfach noch ein bisschen erhöht, irgendwie 5000 Schritte extra macht, ins Krafttraining geht, dafür habe ich auch extra Videos, dann werdet ihr erstaunt sein, wie viel Körperfett ihr verlieren könnt. Denn es ist total realistisch, dass wenn ihr ein bisschen mehr Körperfett habt, dass ihr anfangen könnt und plötzlich mal 3-4 Kilo pro Monat an Körperfett verliert. Denn das bedeutet im Endeffekt einfach nur ein Kaloriendefizit von 1000 Kalorien. Und das ist für einige Leute tatsächlich realistisch. So, ihr wisst jetzt genau, wie euer Tag aussehen kann, ihr kennt die verschiedenen WPF-Formen, was ihr machen könnt, wenn ihr Lust habt, ihr könnt euch einfach durch verschiedene Produkte auch durchprobieren, geht einfach auf die Moor-Seite, schaut irgendwie in die Proben, guckt die Sachen nach. Bei mir, meine Lieblinge sind beim Protein-Ice-Coffee, habe ich euch schon gesagt, der Dark Cookie Crumble oder auch die Vanillasorte. Ansonsten die Clears, die schmecken einfach so nach Proteinlimos, macht ihr euch mit Wasser, dann habt ihr einen Saft, könnt ihr euch auch durchtesten, das gibt zu allem Proben. Bei den Light-Soßen, ich mag die fast alle, also wirklich testet euch einfach durch. Es gibt auch eine BPF-Box, die ist immer mal wieder rabattiert. Wenn ihr das haben wollt, folgt mir einfach auf Instagram, da lasse ich euch das teilhaben. Ich habe zwar keinen Rabatt-Code, aber ich poste euch dann irgendeinen aus dem Team rein und gebe euch Bescheid. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach auf Instagram, da habe ich auch noch Highlights, wo ich auch nochmal zeige, wie mein Tag funktioniert. Schaut die Instagram-Story. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg, es haben schon hunderttausende Leute geschafft. Ihr könnt es auch schaffen, fangt einfach an, setzt es um und egal wie oft ihr schon gescheitert seid, steht immer wieder auf und schaut einfach nur, dass ihr versucht ein bisschen besser zu werden und dann kann ich euch sagen, ich habe über zehn Jahre gebraucht, ihr werdet es wahrscheinlich schneller schaffen mit meinen Tipps, dann werdet ihr an eurem Ziel ankommt. Schönen Tag! Schönen Tag!